ich will mir den ich 50 habe jetzt geschrieben dann sollte 55 machen mein eigen leben da kann ich mich üben weil einfach schon das looten ist halt einfach geiler das looten und das nachladen und platten reinmachen ist halt auch geiler weil du die finger nicht mehr von den sticks nehmen muss einfach besser aber ihr sagt ja da muss ich erst mal dran gewöhnen ja ja nochmal weil du drückst immer automatisch auf viereck erstmal weil es halt so ne aber wenn ich dran gewöhnt hast oben drauf zu drücken ist das einfach besser führe es auf die sind ganz in meiner nähe ja wo wirst du denn überhaupt das ist eigentlich ganz geil ich komme auch ja ja aber ist ja egal wir können ja stellen sollen die kommen die hunde hast du das mikro wieder anders wo sind die denn was soll das naja ich lauf schön schmetter liegen ich habe keine lust mehr zu warten ich würde sagen die sind genau über uns ja ich habe gedacht die kommen vielleicht wie sie weg machen können das team ist in der sicherheitszone ich glaube die zeit abgelaufen oder sind sie gestorben wir haben glaube ich gute zone auch ne ich hole die hier oben ist ja aber wer also muss nicht also wenn die hier oben ist und ist dann würde ich nicht unbedingt wer nicht im bunker nein ich war drunter ja doch wir müssen doch hier raus ja noch oder guck ich falsch ja aber das gleich muss man raus das sehe ich schon ja bevor sie alles abregeln das ist ja noch was anderes ganz hat die unten ist auch nicht gut wie meinst du doch ja mal raus gehen ja hier ja hier ja lass doch versuchen da hinzugehen ich komme hier warte ich komme noch ne annäherungsmine willst ne annäherungsmine junior schmeiß jetzt eine weg näherungsmine hier ja ich hab zwei stück scheiß zeug granate braucht auch kein mensch den müll ich hab eine boah was ist denn ein stb hier müsste sturmgewehr sein hier ist eine mp für dich hier wo ich bin wo bist du denn wo bist du denn hier du musst den weg über die brücke über die treppe die ballern welche ja ich muss den junior abholen dafür oder die haben von oben geballert nur noch 25 übrig da kommen sie ich komme zurück über der brücke oder was oder im tunnel ok tunnel das gas breitet sich aus Leute sind ihr bei uns ja 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 ich geh in deckung wenn du äh wenn der dich hat den habt ihr den habt ihr jetzt getroffen ich weiß nicht einen hab ich ich heil mich ja ich weiß los ich weiß nicht ob er das war auf jeden fall hab ich den die sind schon dritt siehst du die noch ich hab's ja gesehen ich bin weg boah jörg da rutscht man so rein du gehst hast du beide geholt ja kollege hast du beide ja das war nur der ah die bieber überliegt ja 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 ich muss nachladen das sauer bei der waffe da waren auch gegner glaube ich ne bei junior komm hab ich boah ich hab aus Versehen losgelassen ich hab dich fast nicht geheilt ja auf die andere seite auf die andere seite ja du bist doch nicht da drin aus dem netwerk ausgesperrt diese chance ist vertan sag ich ja wir müssen hier raus ja ja war klar Jagdauftrag hier ja das ist doch ja das ist doch nach jetzt raus vor uns gleich äh nach hier ja ja hier können wir raus ja komm dann jetzt vor gleich wieder turnen und dann das ist jetzt ein mp junior nein dann nimm die das ist ein sturmgewehr ist aber quasi wie eine mp ich schieße jemand auf dich oder ja ja von rechts werfe eine täuschgranate nein alle kopfgeldziele müssen eliminiert werden ja ja ich lauf ja schon feindliche drohne aktiv aber ich muss mal die waffen mal nachladen das sauer da war tausend jahre ja ich glaube wir müssen nicht so rennen ich weiß nicht ja ich flieb jetzt einfach dahin wo ist denn unser ach rechts ja oder im wasser und dann so dahin schwimmen ja oder so so in die richtung ich weiß nicht ich weiß nicht ob das schlau ist weil ich hätte sonst das gleiche genommen ja ich weiß halt nicht wir können ja probieren begebt euch jetzt zur sicherheitszone das sind vielleicht weniger gegner als ähm man kann auch hier hinter der mauer ja ja ich bin hinter dir seh ich rechts landet einer von dir peter ja ich weiß also ja wir müssen ja auch nicht fighten wir können ja hier schüllen weil jetzt in meiner zone ja wir machen die juniortage beste das heißt die graue auch lag ich einfach unten der arme also ja ja vor allem am schlossen nur am schluss noch den und den mörser schlag noch da drauf ne der arme hatte einfach die tone dann verwecken und wir haben Maske wir haben Fall ja 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 ich wollte wenn du auf den bogen gelegen hättest er hätte ich dich mit einer wiederbelehmung bist doch aber nix ja wir haben den kommt wieder ich weiß nicht wo dahin ist alle ziele eliminiert ich weiß nicht wo dahin ist ich habe gerade ich habe gerade gemerkt ich habe gerade gemerkt als ich da eine marke aufgehoben habe meine drohne gekriegt das müssen wir uns merken das wusste ich nicht hier sind deine waffen ja und ich komme auch direkt wieder nein das war weil wir den auftrag geschafft haben den kopfgeld auftrag deswegen deine marke aufgehoben kommt wieder deswegen nein ich habe deine marke aufgehoben da hat man eine drohne dadurch und dadurch wusste ich dass er da unten ist brauchst du platten peter ja du hast hier ist einer wurde gerade einer geholt ja sag ich ja hier ist ein gegner der kommt der kommt sehr gut kauf kauf junior kauf ich habe noch ausrüstung gekauft ich habe ausrüstung bekommen er für junior durch die gegner ich stecke doch nicht und da auch dran oder nicht ja ja du kannst auch dran ich habe aus versehen aus versehen herzschlag sensor genommen scheiße wer von der rauchgranate wenn du hast das hier bleibt scheiße der mörserschlag ist falsch gelandet geflogen gegner im auge muss ja ich habe die dinge aus versehen falsch gesetzt bin hier im haus auftrag annehmen hier rein geh rein lass mich rein wo ist denn der auftrag hier im haus ja 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 hab ich ich empfehle die sicherheitszone auf der ist hier draußen habe ich